Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Libre aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Kein Tag wie jeder andere Das Scheinwerferlicht ist so grell, dass ich hier oben auf der Bühne so gut wie nicht sehen kann. Aber ich höre das Gegröle der Massen, die zu unserem Konzert gekommen sind. Die Vorband ist gerade fertig, da tönt es mit einer Wucht aus den Lautsprechern, dass es mir direkt in die Magengrube fährt. Ladies and Gentlemen, live on stage, the one and only, gimme four! Nach dieser Ansage steigert sich das Grölen der Zuschauer zu einem Kreischen und an dem dumpfen Poltern kann ich erkennen, dass das Publikum offenbar auf- und abspringt. Es ist einfach der Wahnsinn. Aber ich darf mich davon nicht ablenken lassen, denn unser Gig beginnt mit meinem Gitarren-Solo. Gelingt es, haben wir alle auf unserer Seite. Geht es in die Hose, dann... Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Volle Konzentration. Meine Finger gleiten über die Seiten, zupfen, trommeln, werden schneller und schneller. Ich lasse die Gitarre singen, jaulen und rühren. Mal schwellen die Töne an, mal werden sie zu einem flüstern. Ich spiele mich in einen regelrechten Rausch. Während ich anfangs noch etwas ungelenkt zwischen Kim, Mia und Alex stehe und mich an meiner Gitarre festhalte, verfliegt meine Schüchternheit nach den ersten Takten meines Solos und ich tanze mit der Gitarre über die Bühne. Es ist ein wilder Ritt zu einer Musik, die alle restlos begeistert. Ich spüre die Energie des Publikums, die wie ein Echo zwischen uns hin und her fliegt. Mein Herz rast, aber nicht vor Angst, sondern vor Glück. Ich, Tessa Neumann, bin eine Gitarrengöttin. Tessa? Noch den Refrain abgeritten, die Gitarre vibriert unter meinen Fingern und... Tessa, wir müssen raus. Komm schon. Was? Wie, raus? Wieso raus? Ich hab doch gerade erst angefangen. Und wer spricht da überhaupt mit mir? Mein Manager? Verwirrt schaue ich mich um. Jemand hat plötzlich das gleißende Licht ausgeknipst und es ist fast ein bisschen dunkel um mich herum. Ey, Neumann, du wirst das Vorspielen noch versauen, bevor du überhaupt im Musikraum angekommen bist. Okay, das ist definitiv nicht die Stimme meines Managers. Was auch daran liegt, dass ich gar keinen Manager habe. Es ist die Stimme von Baysa Akdern und das dazugehörige Mädchen zerrt mich genau jetzt am Ärmel von meinem Sitz in der S-Bahn. Schnapp dir deine Gitarre und los! Schnapp dir deine Gitarre und die Gitarre und die Gitarre und die Gitarre und die Gitarre? Vielen Dank.